Willkommen zurück im Sternentotal. Regnet es endlich mal? Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon festgestellt, dass es nicht regnet. So ein Scheiß. Glasaugenbarsch. Ja. Habe ich leider auch nicht. Na ja, hallo. Robin, Kürbissuppe. Warum nicht? Demetrios Herbstfülle. Warum nicht? Richtig schönes Rezept. Gas. Endlich. Breiselbeersauce. Dankeschön. Finde ich gut, dass ich die kann. So. Aber ich brauche die Gisi. Wo habe ich die hingeschmissen? Muss da drin sein. Jo. So. Dann können wir den hier rein tun. Nehmen wir gleich Sense und Axt mit. Können wir mal schauen. Durchwechseln. So. Das scheint zu funktionieren immer noch, obwohl ich das gewechselt habe. Hm. Also, auch die neuen Misus Flowers haben mir nicht den Fehler raus gemacht. Der Fehler ist immer noch drin. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Hm. 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 Na ja. Dann würde ich sagen, gehe ich mal los. Meine tägliche Tour machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Ah ne, hier kann ich gar nichts machen. Oder habe ich irgendwas zum Verarbeiten, zum Verwurschten? Ja, hier. Viel Spaß damit. Der Rest ist noch nicht fertig. Okay. Katze. Hm. Ist hier irgendwo noch was zu finden? Ja, hier. Eine Nuff. Nuffe? Welche Nuffe? Genau. Ah, hm. Ja. Kein Platz. Warte mal. Oh, da auch voll. Also, ich muss unbedingt Holz fällen. Entweder muss ich dann Holz verkaufen, weil so viel Holz brauche ich gar nicht mehr. Na, mal schauen. Okay. Also, bis nachher, wenn ich mal eine tägliche Tour fertig habe, gegossen habe, bin bekloppt da oder so. Hahaha. Das ist jetzt eh fast das letzte Mal, dass wir Bäume fällen. Na gut, gucken wir erstmal rüber. Oh, da ist noch einer zu viel, definitiv. Der ist ja voll im Weg. Fällen wir den? Na, dann schauen wir mal. Irgendwas werden wir schon schaffen. Vielleicht wäre es schön, noch den Stall aufzurüsten. Und dann gucken wir weiter. Oh, das ist ja schon fertig. Die Frühlingssachen. Jetzt kann ich gleich neue anpflanzen. Vor allem den Lauch, wegen dem Lauch. Ja, sinnvoll, den nicht vorbereiteten Boden zu gießen. Wegen dem Lauch habe ich das vor allem gemacht, ne? Weil, den mag ja der Knallkop. Was habe ich denn hier überhaupt? Ach, da habe ich noch die Bok Choy, den Senfkohl. Na ja, mal gucken. So, los geht's. Gießen wir halt als erstes mal die Lecks aus. Bis gleich. So. Da wollen wir mal an Ihnen was verkaufen. Viel Spaß. Oh, ich habe sogar zwei von den blöden Drehern. Bitteschön. Viel Spaß, machen wir was draus. Okay, dann wollen wir ein paar Sachen verteilen. Guten Morgen. Ja, du kriegst von mir eine leckere Peperoni, weil ich weiß, die magst du. Sollst du nicht essen, du sollst es ihm schenken. Nein, das sollst du nicht essen, du sollst es ihm schenken, verdammt. Haha. Vorsichtig, dem wirst du ja vertrauen. Ja, das habe ich ja schon fast von jedem gewonnen, das Vertrauen. Ähm. Das ist für Emily. Na. Hi. Ah, da ist der Papagei. Gutes Wetter für Picknick, nicht? Toll. Mehr kann man mit dem Weg nicht machen. Irgendwie schade. So. Und wir haben einen Salat noch. Die Lea macht da so um 10 Uhr auf. Wir haben es gleich 10, das ist natürlich auch in Ordnung. Und Pierre, habe ich vergessen, wollte eine Aubergine. Das hatte ich gestern schon in den Auftrag angenommen. Ich habe es ihm nicht gegeben, ich Idiot. Ja. Nicht so sinnvoll. Hi. Lea, ein Salat. Du hast das Wochenende ein paar wilde Pilze gefunden. Riesigen Teller voller wilder Pilze und Eier. Ich bin immer noch satt. Na schön. Und wenn ich suche, achte gut auf den Boden, du wirst selbst Pilze finden. Okay. Im Herbst wieder. Weil jetzt haben wir es noch nicht mal so richtig Sommer. Also, wollen wir es erst mal Sommer werden lassen, oder? So. Dann hätte ich hier noch ... Sorry. Das Geschenk. Du holst hier Vorräte für die Kneipe, okay? Okay. So. Pierre wollte nämlich eine Aubergine. Hier, deine Bezahlung. Gold. Lieferung. Kürbisschnitzen müssen wir morgen oder übermorgen endlich beenden. Also, auf jeden Fall bevor Halloween ist. Ach, das war für einen anderen Knallkopf für Demetrius. Genau. Gut. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Und das verkaufen wir. Das knallt schon mal ein bisschen. Naja, ein bisschen zumindest. Und ich würde auch sagen, die Pilze verkaufen wir auch. Weil wir auch viel zu viel haben. So. Jetzt ist gerade die Frage, kaufe ich mir noch was, bevor es Winter ist, von den anderen Sachen? Das wäre fast eine Idee. Ich habe zu wenig Grünkohl. Das steht schon mal fest. Ich müsste heute vielleicht ein bisschen versuchen, Saatgut herzustellen. Mal gucken. Wir haben bis zum Ende die Chance zu kaufen. Bis zum Ende vom Herbst. Alles gut. Gut. Okay. Das wäre jetzt noch für Demetrius. Und ich glaube, das war es auch, was ich heute machen wollte. Mehr fehlen nicht mehr. Zwerg will ich auslassen. George hat Geburtstag. Den will ich dann machen. Ja, Willi kann jetzt warten. Pierre wartet auch. Habe ich erst gemacht. Jodi? Nö. Die sind alle bei sieben Punkten. Okay. Penny wäre die nächste. Okay. Morgen. Und ich hätte gerne mal Regentag dann. Übermorgen oder so. Wäre ganz schön. Naja. Wir werden sehen. Demetrius. Ich habe was für dich. Magst du total gern. Okay. Jetzt forsch dir eher mit Pilzen. Das ist schön für dich. Und ich würde sagen, wir lassen es gut sein. Ich habe eh alles, was ich brauche. Wir sehen uns in einer Tageszusammenfassung. Ich versuche noch ein bisschen Saatgut herzustellen. Mehr aber nicht. Bis dahin. So. Gerade noch ein bisschen Iridiumbarren reingeschmissen. Ein paar Fische haben wir verkauft noch. Die restlichen verarbeiten wir jetzt so. Oh, da haben wir viel zu viel schon von, sehe ich gerade. Da ist auf jeden Fall da noch mal eine Tour in die Mine dran. Allerdings. Mal gucken, das reicht im Winter auch oder so. Ja. Jetzt wie gesagt, morgen ist wieder noch kein Regenwetter. Leider. Schlafen gehen. Naja. Ein bisschen Gewinn gibt es für die Sachen, die ich noch reingeschmissen habe. Ja. Ist nicht viel, aber ein bisschen was. Ich habe ja so gut gewonnen gemacht. Gewonnen gemacht, ja. Gewonnen. Mhm. Alles gut. Alles wird gut, Matze. Ja. Irgendwie die Blumen funktionieren nicht. Jetzt gucke ich noch mal zum, zum, heute noch mal zum, zum Pierre. Vielleicht habe ich es gestern Abend vergessen. Wird es jetzt mal regnen? Danke. Danke. Damit ich die Szene wenigstens noch haben kann, Mann. Das gibt es ja wohl nicht. Okay. Na, los geht's. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss. Und ein Smiley dahinter gemalt. Emily malt immer irgendwelche komischen Smilies. Und irgendwelche Emojis dahinter. Ah, gut. Warum nicht? Soll sie machen. Okay. Oh, wir dürfen heute ein bisschen ernten. Das ist schön. Wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich mit dem ganzen Schmarrn fertig bin. Jetzt geht es heute noch mal gute Finanzspritze. Vor allem die Riesen-Stacks an Breiselbeeren dann. Und dann sehen wir mal, was wir mit dem ganzen schönen Geld machen. Wahrscheinlich, wenn wir uns einfach noch mal ein bisschen Herbst zahlen. Kaufen rotzfrech, weil ich habe ja mein Gewächshaus. Ich kann ja auch im Winter anpflanzen. Bis gleich. So. Ja, das sah heute ganz effektiv aus. Jetzt gucken wir mal. Ich habe sowieso anscheinend was vergessen. Ach nee, das vergessen zu verkaufen, habe ich ja gestern gehabt. Heute ist frisch. Ja, genau. Ein paar Trauben nochmal. Breiselbeeren natürlich. Käse. Ah, Käse bin mir nicht sicher. Ich will nicht mal aufheben. Wegen der Pizza und so. Oder Pasta-Gerichten. Ja. Den hebt man noch auf. So, dann habe ich mir gedacht, kriegt das mit... Der Schmerg. Der Zwerg was? Weil der eh noch nicht so gut drauf ist. Der Schmerg kriegt was. Jawohl. Der Schmerg. Oh mein Gott. Hallo Schmerg, bin auch im Weg zu dir. Hallo Schmerg. Also, Smaug gibt es aber, das ist wieder was anderes. Das ist äh, ja. Und das ist bei, bei einem kleinen Hobbit. Na, jetzt! Hallo Schmerg. Na, nimmst du? Danke. Oh, jetzt ist er aber gleich auf sechs Pünktchen. Ach, ich bin doch auch bescheuert. Ich habe doch gar nicht ins Werk gedacht, oder? Ich glaube, mir ging es um den Krobus. Ja, der war gut. Da habe ich ja wohl irgendwo Scheiße gebaut. Naja, gehen wir schnell zum Krobus. Und dann war ich mir nicht sicher, wer noch was kriegen soll. Also den Fisch ist klar, den kriegt Billy. Hi Shane, ich kann ihn ein bisschen volllabern. Du hast Tiefkühlpizza und Eier, das ist doch immerhin was, jawohl. Du warst auch mal jung, ja, durchaus, ja. Nichts ist besser, ist er ausgelassenen Tag am Strand mit Freunden, ja, vielleicht. Also, weißt du, was ich zu dir sage? Zu dir sage ich jetzt, hi. Ich glaube, Penny soll das kriegen. Zu dem werde ich jetzt mal nachher was kochen, heute. Ich glaube, es wird echt Zeit, mal was Richtiges zu geben. Ja, den Zwerg hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ach, ich bin so doof. Naja, um Krobus geht es, aber egal. Passt schon. Oh, allein durchs Reden ist Penny so hochgestiegen. Ha! Naja, gut. Ich gebe ihr trotzdem noch das Geschenk. Aber erst mal Krobus. Hi. Oh, Omnigioden. Gar nicht mal so teuer. Eine nur? Naja, gut. Gib mir die eine. Passt schon. So eine Sternfallfrucht könnte ich mir eigentlich auch mal kaufen. Hätte ich da noch ein bisschen mehr Energie. Äh, ja. Aber erst, wenn ich sicher das Geld übrig habe. Lassen wir das machen. Okay. Ab geht's zum... Na, wird's. So. Äh, gehen wir doch erstmal schnell zu Willi. Schnee, schnau, Willi. Hallo, wird's. Das ist großartig. Jawohl. Führt zu einer Art kleinen Schlafzimmern betreten verboten. Mein alter war Fischer, jawohl. Du bist mit dem Segel groß geworden. Okay. Ich habe noch ein paar, äh, fünf weitere so Krabbenreusen aufgestellt. Und zwar mal ein Süßwasser. Trotzdem hätte ich gar noch ein paar mehr, aber naja. Hi. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich will Frau Penny heiraten, wenn ich groß bin. Na, da ist es aber schön von dir. Ha! Viel Erfolg. Aber ich habe ja was Tolles für dich. Wow, das ist radios. Äh, Penny, für dich hätte ich auch was. So, ich bin ja gar nicht so, ne? Hier, viel Spaß. Okay, jetzt wäre Sebastian noch fällig, ne? Könnte man heute sogar noch machen. Sashimi oder die Freunde Träne. Ich meine, Sashimi habe ich sowieso da, ne? Ja, so ist es ja nicht. Hi. Das kannst du haben und 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 das kannst du haben. Das kannst du übrigens auch haben. Viel Spaß. No, jetzt habe ich doch schon mal gut Geld übrig. So, was mir jetzt wichtig war. Also doch. Jasmin, Lavender, Lila, das funktioniert alles wieder. Das sind die Blumen. Jetzt verstehe ich eins nicht. Ja, darunter kommt dann die anderen Seite. Also das, vor den Bäumen sind die Blumen. Die funktionieren wieder. Aber warum geht der Tee nicht? Ja, das ist doch scheiße. Na ja gut, also mit dem Blödsinn fangen wir erst in den zweiten Jahren. Was soll's? Die haben wir jetzt nicht. Ist egal. Aber ich verstehe nicht, warum. Das kapiere ich nicht. Tut mir leid. Das ist immer nicht im Kopf. Äh, Gott. Also ist alles wieder da. Die Blumen funktionieren. Ich habe da gewusst, ich kann die richtig reinmachen. Aber der Tee funktioniert irgendwie nicht. Also irgendwo ist da noch ein Fehler drin. In der, in diesem, äh, More Food Mod. Sorry. So. Ähm, Fall, Fall, Avocado. Summer, nee. Banana, Summer, Kampfer. Winter müsste ich schon angepflanzt haben. Hoffe ich ganz schwer, sonst hat es ein Problem. Winter müsste ich schon angepflanzt haben. Februar sind sag divers, fünf Minutenah. Winter müsste ich schon anschauen. sondern Martin könnte auch sein. party müsste ich schon mal zum schönen Tag. woتي genug ist. Ich habe μου dead. Ich weiß, dass es auch nicht für Monster ist. Aber pagamento病 hast. зай Todo ist zum nächsten Tag. Ich weiß, was Zeit nicht... dass bet yhten knocks der Tasmus. eine ich beschiklasse. So, ach, Six, äh, ja, gar nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit eigentlich noch am aufnehmen bin, oder? Ha! Ja, da habe ich gerade eine Nachricht gekriegt und habe gerade gedacht, scheiße, du bist noch am aufnehmen. Ha! Äh, also, Heredito-Habelsinsel, also Zimt und Kampfer müsste ich aber haben. Kakao ist Frühling. Könnte ich mir eigentlich jetzt langsam schon mal holen, aber reicht auch im Winter. Oder spät, naja, ich möchte es im Frühling gleich haben. Also am Spätherbst muss ich es holen, ja, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, passt schon. Kampfer und Ding, müssen wir mal gucken, und Zimt. Äh, so, was haben wir jetzt noch? Wer hat noch nichts? Also, wer ist wichtig und hat noch nichts? George ist sowieso morgen, der hat morgen Geburtstag. Jodi, könnte ich einen Diamant geben, aber die ist schon auf sieben Herzchen, was soll's denn? Sebastian wäre wichtig. Ach ja, Sashimi habe ich eh dabei. Da war ja was. Sorry und sorry für das lange Stillsein jetzt gerade und hier einfach nur dumm rumlabern, äh, rumstehen. Tut mich leid. So, hopp. Irgendwo hier ist ein Sebastian. Ach, du liegst immer noch in der Furzmulde, ist das dein Ernst, Junge? Raus aus den Federn, es gibt lecker Fisch, Mann. Ja, ist nicht mehr mein echter Vater, ja, und hast du ein Problem damit? Er ist trotzdem dein Erziehungsberechtigter, der Knallkopf. So. Okay. Ich denke, das war's von Geschenken her. Hi, George. Sag mal, es liegt mir voll... Gib ihr Knoblauch. Sie wird dir das vielleicht nicht verzeihen. Na ja, also Knoblauch hasst sie. Warum nicht? Gut. Was hatte ich jetzt gerade vor? Ach ja, ich wollte Bäume prüfen. Ob ich das auch wirklich habe. Kampfer habe ich, jawohl. Fiek, also Feige. Zimt. Ja, ja, okay, habe ich alles. Hier habe ich Persimon. Und das müsste ein Pomelo sein. Hier. Wie? Wo? Ich habe keine Pomelo. Oh. Äh, Pomelo ist aber auch noch Winter. Äh, scheiße. Ernsthaft? Jetzt ist es... Ohne Scheiß? Fuck. Entschuldigung. Ja, dann wird es aber Zeit, dass ich jetzt... Gleich mal welche einkaufe, weil Pomelo ist, soweit ich weiß, eine... Oh, Koba. Eine Winterfrucht. Also los. Also ein Schiet. Hi, Hayley. Irgendwas riecht er dich. Ach ja. Da war es so ein Bauernhof. Du bist eine blöde Kuh, weißt du das? Aber gut, irgendwie ganz so blöd bist du ja doch nicht. Aber halt, ja, ein bisschen nervig irgendwie. Okay. Ähm. Pomelo. Ah, außerdem wollte ich noch die Kirsche, Brikose, Orange, Pfirsich. Ja. Direkt im Sommer. Die Orange habe ich nämlich schon. Also im Gewächshaus, dass ich jeden Baum auch nochmal im Gewächshaus habe. Darum geht's. Ja, so ein Schiet. Ja, auf jeden Fall habe ich die ganzen Dinger wieder. Das ist okay. So, Asian Peer ist was anderes. Das ist Fall. Durian. Summer. Eukalyptus. Spring. Feek. Habe ich schon. Frankham Mysterio. Spring. Grapefruit. Fall. Lemon. Spring. Und ich glaube, Lime auch Spring. Ja. Mango. Summer. Malakoloika. Was auch immer das sein soll. Frühling. Oliwe. Herbst. Papaya. Sommer. Pier. Bier ist früht. Winter. Habe ich aber schon. Pekanus. Voll. Persimon. Habe ich schon. Pomelo. Da, Winter. Habe ich vergessen. Fuck. Aliben. Fuck, fuck. Vanilla. Spring. Walnut. Dingsbums. Lian Lian. Summer. Okay. Azuki. Aha. Und das sind auch jetzt wieder seine richtigen. Nee, das sind ganz andere. Oder? Heepi? Nee, das sind die normalen Navy Beans. Passionsfrucht. Auf jeden Fall funktioniert es alles wieder. Ja. Was nicht funktioniert irgendwie ist, sind die, sind die, ähm, Revenants, äh, Dinger hier. Mushrooms und so, das fehlt ein wenig. Schade. Naja. Muss ja nicht alles geben. Alter, der Rest funktioniert auf jeden Fall wieder. Naja, gut. Schön verkackt. Äh, wir sehen uns gleich an der Zusammenfassung. Schade, schade. Was ist das jetzt hier? Pfirsich. Ja, der gehört rein. Ins Gewächshaus. Zuerst mal brauchen wir hier noch irgendwo, ähm, die Pomelo. Tja, die trägt im Winter, aber jetzt natürlich schon nicht mehr. Gehe ich voll vergessen. Ich könnte höchstens was Fieses machen. Ich lasse lieber... Oh, zu einem anderen Baum leck mich doch an Bobs, Alter. Ich könnte höchstens was Fieses machen. Ja, das geht, okay. Ist wann ausgewachsen? Wintertrend. Das ist doch scheiße. Ja, da haben wir halt im ersten Jahr keine Pomelo. Was soll's? Warte mal, wer will was? Ach, Sandy will eine Höhenka. Oh, shit. Ich muss in die Wüste fahren. Ähm, Sandy mag mich ja eh schon. Ja, komm, Sandy mag mich eh schon super. Vergiss es. Die kriegt jetzt kein Geschenk. Ja, hab ich ein bisschen verkackt jetzt. Schade, echt. Bis nachher. So, da leh. Haben wir noch ein bisschen was geschafft. Ich hab leider nicht so viel Weizen in den Boden gebracht. Auf Platzgrundplatzprobleme, wie ich wollte. Egal. So, ein paar Fischis. Okay. Gut schlafen. Ein bisschen was haben wir noch verkauft. Na ja, die Welt ist es nicht. Aber immerhin. Jetzt an diesem Mittwoch ist Regentag. Und das ist gut für die Shane-Szene. Ich glaube, die kennen wir schon. Ich glaube, die hatte ich mit euch schon gemacht. Wir machen es halt trotzdem nochmal durch. Hier, wo er an den Klippen ist. Ich glaube, das hat man schon vorher. Vorher, als ich gerade bis zum Volksfest gekommen bin. Ich glaube, da hatte ich den Shane schon so weit. Und da hat es aber geregnet. Und da konnte ich... Jetzt hat es eben bis jetzt im Herbst nur einmal geregnet. Ganz am Anfang. Dafür habe ich diesmal die Gießkern auf Gold aufgerüstet. Das war auch nicht schlecht. Okay. Ich sage hier danke fürs Zuschauen. Gerne einen Like oder einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part mit der Shane-Szene. Und mit den nächsten, die wir auf 8 Herzchen bringen. Abby hat man ja schon. Da hat man auch die Szene schon. Und auch Elliot hat man schon. Aber ich glaube, mehr noch nicht. Bis dann. Bis dann.